Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Und ich war super fleißig, deswegen gab es auch gestern keine Folge. Ich habe jetzt gerade nochmal hier so ein Gewächshausturm genutet für Polybär. Und ja, ich musste ein so ein Ding hier noch dran flanschen, damit ich Platz habe für die Kisten. Und ja, da haben wir jetzt hier Hypoxidharz und dieses Gas, Batterien, hier haben wir Glas und Gedöns, also es ist alles da. Von denen habe ich jeweils zwei Kisten und hier haben wir Polymer und Gedönse, hier ist noch mehr Polymer. Ja, ein paar Blueprints habe ich noch gefunden unterwegs. Genau, nebenbei müssen wir mal ein bisschen Essen kochen hier. Aber ich habe noch nichts weiter davon gebaut. Ich habe aber alles erforscht bereits, hoffe ich. Müssen wir hier nochmal gucken. Genau, ich habe alles erforscht. Also dazugekommen ist hier diese Stationen verbessern und ein Schiffsarbeitsplatz. Ich habe auch gesehen, wir haben mit dem Messer auch die Armwurst freigeschaltet. Die werden wir auf jeden Fall auch bauen. Den Regenwassersammler habe ich schon mal aufgestellt. Allerdings war das blöd, weil ich habe mir dann zwei von den großen Flaschen gebaut. Da passen immer 20 Einheiten Wasser rein. Und bei diesen Gewächshaustürmen gibt es ja oben diesen unendlichen Wasservorrat. Und die zweite 20er Flasche ist hier drin. Und ja, da brauche ich den Regenwassersammler eigentlich gar nicht mehr. Aber naja, jetzt haben wir ihn. Was haben wir noch dazu bekommen? Genau, ein paar von den Ködern habe ich noch erforscht. Ja, die weiß ich gar nicht. Das sind wahrscheinlich wie so Notizschilder oder sowas. Die Kraftstoffe habe ich alle erforscht. Genau, ansonsten. Und das sind halt die Rohstoffe, die man bauen kann. Und mehr habe ich noch nicht gemacht. So, und dann legen wir hier mal los mit dem Ausbau. Während hier weiter Essen kocht. Und zwar habe ich das schon konkret im Kopf, wie ich das gern haben möchte. Und zwar kommt das hier erstmal weg. Ach, der ist kaputt. Okay. Also das Bausystem ist wirklich super genial. Super intuitiv. Man kriegt die Rohstoffe wieder, wenn man die Sachen abbaut. Ja, es ist mega geil. Es ist zwar ein bisschen simpel so hier mit diesen Vierecken. Aber vielleicht findet man ja noch ein paar Blueprints für so ein paar angeschrägte Seiten oder sowas. So, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Ich möchte nämlich gern hier vorne noch einen Teil einsetzen. Jetzt muss ich mal gucken, was hier am geschicktesten ist. Na, wir müssen ja trotzdem vorne das abnehmen. Okay, dann bauen wir erstmal hinten aus, damit wir Platz schaffen. So, und dazu hole ich mir mal noch ein bisschen mehr von dem Metall und von dem Synthetik-Gedöns. Jetzt muss ich nochmal gucken. Und zwar wollte ich gern den Ballon erweitern. Helium, Maschinenteile und Kupfer. Helium, Kupfer. Äh, weiß ich nicht, wie viel er davon braucht. Okay, lass mich doch hier raus. So. Genau, und dann kann man dem auch sagen, wo er den erweitern soll. Ich möchte es gern nach hinten. Und wir machen direkt zwei. Wir sind mal ganz dekadent. So, und dann machen wir hier. Warte mal ganz kurz. Genau, noch einen. So. Und den hier noch ein Stück nach vorn. Und dann können wir die zwei und die machen wir dann. Oder lassen wir das mit dem nach vorn versetzen. Weil der Ballon so übersteht, dachte ich, könnte man noch so ein... Na, wir gucken mal. So, und dann möchte ich gern die hier hinten auf jeden Fall auch breiter haben. Was fehlt? Ein Teil. Also eigentlich fehlt beides. Das ist dann nämlich... Es sieht zwar jetzt viel aus, aber es ist ratzfatz aufgebraucht. Was man da so an Ressourcen hat. So. Also ich will auf jeden Fall drei haben. Jetzt bin ich immer noch am überlegen. Würde ich es nach vorne oder nach hinten machen? Ist die Turbine im Weg? Oh, ist das schlimm? Weil wir sind ja jetzt hier schon so weit oben. Naja, wir setzen sie ja wieder dran. Wahrscheinlich könnten wir nicht abheben, oder? Oder wir stürzen direkt in die Tiefe, sobald wir hier über den... Was fehlt? Ist schon wieder alles aufgebraucht. Hoffentlich reicht das und ich muss nicht nochmal in die Farm gehen. So, hier. Worum geht es nicht? Durch Umgebung versperrt. Oh, Schätzlein. Geht's jetzt? Ja. Manchmal muss man die ein bisschen anheben, weil das sonst hier so in den Boden reinglitscht und dann lässt sich das nicht bebauen. So, dann möchte ich gern... Teilwände... Ne, warte mal. Habe ich Glas einstecken? Ne. Warte mal, wie hatte ich das denn? Was? Ok. Oh my. Oh. Echt, das ist schon aufgebraucht Großartig Ja, wir brauchen viel Platz Ihr werdet auch nachher gleich sehen, warum So Da kommt ein Fenster Nee, da kommt kein Fenster Da kommt auch so eine Hände Genau, so, und hier kommen aber Warum? Echt, oh, das wird uns nicht reichen Mano So So Wo waren die nochmal? Waren die hier? Hier Da kommt eine Türe hin Oh, was? Ich bin noch nicht mal einmal rum Ja, ja So Ich krieg ne Meise Also ressourcenmäßig müssen sie auf jeden Fall noch ein besseres Verhältnis finden Auch die Stacks Ich kann hier von diesen Kann man immer nur fünf Stück aufeinander Aber man braucht immer so viel Dass es haltlos ist, was man hier in Kisten braucht Um das Zeug irgendwie zu lagern Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher Auf jeden Fall machen wir das Genau, so 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 Es ist schon wieder Das Metall, alle Jei, 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 jei So Äh Jetzt wird es halt hier Duschderer Das Wetter wieder Mist ist Aber das kennen wir ja inzwischen So So Na, jung, würdest du dich bitte mal Genau So Und so Können wir nämlich so ein bisschen Innenräume schaffen hier Äh Und dann brauchen wir jetzt Diese eine neue Werkbank, die wir hier haben Und zwar Das Ding hier Brauchen wir eine Hauptplatine Okay Oh Echt, das ist in dem Ding verdorben Weil ich vergessen habe, es zu kochen oder was Das ist auch verdorben Das geht auch so schnell Eigentlich kann man da gar nicht so viel mitnehmen von diesen Gewächshaustürmen So, dann isst es mal Und trinkst du mal So Hauptplatine Kupfer und Plastik noch Kupfer Oberplastisch Hier Gib mir mal den großen Stick So Achso, genau von denen Ich habe nämlich ein Blutwind gefunden für ein Regal Und dann machen wir uns hier in den Raum mit den zwei Blöcken ein Lager rein Printing completed So, was fehlt? Maschinenteile So, das ist das abgekochte Essen Okay So Die andere Werkbank brauchen wir erstmal nicht bauen Die habe ich in meinem eigenen Spielstand schon mal gebaut Damit kann man Die Motoren verstärken Anstatt mehr zu bauen Kann man die halt stärker machen Und das gleiche geht für die Turbinen Aber die brauchen so unverschämt viele Ressourcen Und ich glaube auch eine Ressource, die wir hier noch gar nicht haben Deswegen brauchen wir die erstmal noch nicht bauen Ja, dann bauen wir nämlich hier Schönen Lager rein Und hier hinten in diese kleine Kabine Printing completed Nur noch Platz Kann man das noch mitnehmen Nur noch mehr Platz Eigentlich kann man noch Kommt das Schlafzimmerchen hin So Ja, komm, gib uns auch mal die Kiste für hier So Dann haben wir hier eine Kiste Und komm mal jetzt So, haben wir eine Kiste Dann habe ich hier noch so eine Lampe gefunden Aber die ist genauso nutzlos wie dieser Dieser Ball Und halt Deko Aber bei der Lampe Finde ich es schade, dass man die nicht mehr anschalten kann Also die ist halt wirklich auch nur zum Hinstellen So, dann hätte ich hier noch zwei Poster gefunden Aber ich glaube, die haben wir auch zusammen noch gefunden gehabt Hier Dann werden nämlich jetzt auch die Kisten leer Wunderbar So, was haben wir hier Schönes Wir haben hier einmal die Blumen Was Position blockiert Ah ja, ist ja riesig Hier haben wir die Blumen Und dann haben wir hier Noch ein anderes Poster So, genau Und so haben wir jetzt hier unser Schlafzimmer Und da oben Genau, habe ich noch so ein Luftschiff gefunden So, dann mal während wir hier Ich muss kurz mal Hallo Können wir bitte mal Ich will es nicht aufheben Ich möchte es benutzen Den hier aufladen Was wollte ich jetzt machen? Achso, was haben wir hier? Ah ja, das Ding sieht Okay Ähm Stellen wir erstmal einfach irgendwo hin Genau, also das ist halt so primär für Einrichtungen Und ich will das hier So, dafür brauchen wir den Epoxidharz Plastikmüll Und Synthetik Epoxid haben wir hier Äh, ich habe hier eine Kiste hingestellt Wie lange ist das jetzt hier noch 17 Stunden? Ich habe das mal da rüber Das auch So Oh, das Synthetik war komplett leer Ach nee, hier ist noch Juhu Äh, was wollte der noch? Das reicht schon Oh, das ist wie so ein 3D-Drucker Das ist schon witzig gemacht Plimps Äh, pack es mal weg Mach mal noch eins So, dann kann man nämlich hier Schöne Regale hinstellen So, ich hätte gerne noch eins Printing completed So, kriegen wir vier hin Oder drei? Bäh Ach, es könnte noch eins hinpassen Mal noch Mats Ja Feine Sache das So, dann haben wir Printing completed Hier ist eine Kiste Tada Tada So Das mit den Kisten ist auch so ein bisschen tricky Aber Es erfüllt seinen Zweck Und die stehen halt nicht Äh, auf der Fläche rum So Was war denn hier? Da ist noch so eins Dann können wir die auch aufheben Das war die Forschungsstation Äh Geh doch mal weg Pfff So Okay Okay Das hier zum Beispiel ist so ein Ding Das geht dann einfach nicht Es geht aber von der Seite irgendwie So Hä Genau Ja ist ein bisschen Mäh So Okay Dann müssen wir eigentlich schon anfangen umzupacken Haben wir noch leere Kissen irgendwo Und hier ist das Kupfer Eine ganze Kiste Metall Batterien Batterien Okay Dann machen wir das jetzt so Dann machen wir hier Das hin Hier Das hin Davon haben wir aber nicht ganz so viel Und Kupfer kriegt aber seine eigene Kiste So So Um Genau die Oop 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 Yo my Ja es ist halt ein bisschen blöd Es würde hier locker noch eine Kiste hinpassen Aber Haben wir die schon befüllt Also trotzdem nochmal hoch hier Ein bisschen mittiger stellen Ist das nicht ganz so Merkwürdig aussieht So dann haben wir die hier Genau Hier würde ich gerne die Und die rein machen So dann machen wir hier Glas Und das Hypoxidharz Na klar hatten wir ja auch noch schon lange nicht mehr Und das ist das Metall Aber da haben wir ja schon wieder Überschuss Ey, 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 ey Nein, also? Ich bin die Pedrein. Aye, 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 aye. So, dann machen wir hier die Ballen hin. So, hier machen wir Flicken hin. Ei, 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 ei. So, diese Sachen müssen wir ja wieder anbauen und aufbauen. Ah ja, da haben wir ja auch noch Polymer. Hier unten war schon alles voll. Ne, da kommt hier das Polymer hin. Hier ist das Hypoxid. Was ist das hier? Schnickschnack. Zo, ja, 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 ja. Oh, komm schon. So. So. Ja, wunderbar. Haben alle Kisten umgesetzt. Hervorragend. Das ist ja, als wäre es gewollt. So, dann kannst du das hier aber mal abnehmen. Das hier kannst du auch mal abnehmen. Das tun wir dann auch hier hinten hin. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Die Köder. So. Das hier. So. So. Zyokoxid möchte ich gerne hier in eine Reihe rufen. Mal die flicken. Dann würde ich hier die Dinge hin tun. Von denen gibt es eh immer nicht so viel. Und das hier gehört dann eher zu den Lebensmitteln. Machen wir das hier mal noch mit rein. Und hier noch das Helium. Ja. So, dann haben wir noch ein bisschen Kapazität zur Verfügung. Und das Wetter ist wieder super. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Mach das mal leer. Nimm das mal ab. Und mach das mal hier hin, bitte. Und du kommst auch hier hinter. Hier brauchen wir noch Glas. Und das ist ein Zeppelin. Und das ist ein Zeppelin. Und das ist ein Zeppelin. Oh, okay. Jetzt können wir hier hinlegen. Okay, so. So, ähm. Na, wow. Gut, sehr dick. Aha. So, dann hätte ich hier gerne noch eine Fenster. Und ich glaube auch hier. Und hier machen wir eine Metallwand. So, genau. So können wir denn jetzt noch. Ne, Synthetik ist fast aus. So, wollte ich das gerne nämlich haben. Und dann können wir hier. Ach, jetzt ist es mal wieder zu tief hier in dem. Ja, jetzt geht's auch. Ja, wir schlafen gleich. So, dann kommst du hier daneben. Und dich. Ja, kann man ja hier vielleicht ins Eck stellen. Genau. Und wenn wir dann mal richtig reich sind, können wir auch ein paar Möbel bauen. Aber ich habe noch keine Bank oder sowas entdeckt. Was kostet nur jeweils eins? Ich habe aber keinen Schreibtisch. Hier, Bürotisch, Bürostuhl. Ja, das können wir dann beim nächsten Mal machen. So. Ja, so habe ich mir mein Schöpfchen vorgestellt. Dann können wir hier schön die Türen alle zumachen. Gucken wir, ob wir noch was essen. Ach, da ist ja immer noch. Aber wir haben ja noch Kisten offen. So, dann essen wir nochmal einen Happen. Trinken nochmal einen Schluck. So, der braucht sein Wasser wieder. Ich hätte das jetzt hier reingefüllt. Naja. So, dann ist die Flasche wieder leer. Dann machen wir die doch mal voll, bevor wir hier wieder wegfliegen. Achso, nee. Zweitensisch. Und da ist unser Schiffschibutsche. Ach, hinten muss ich noch so eine Plattform bauen, damit wir da hinten raus angeln können und Ressorts sammeln. Und wir setzen die Dinger natürlich um. So. Und zwar machen wir das hier mal so halbwegs möglich. Machen wir den jetzt am zweiten mittig, gell? Ja. So, das Ding kostet auch Synthetik. Wo ist das Sammelteil? Soll ich einstecken, oder? Soll ich doch irgendwo gesehen. Hier. So, dann haben wir hier noch ein schickes Bild. Beziehungsweise ein wilder Rahmen, der auch schon irgendwie angeditscht ist. So, dann würde ich hier noch eine Kiste hinstellen für Lebensmittel. Aber Mangelsressourcen erstmal halt jetzt gleich noch nicht. Hier war doch noch was Leeres. Boden. Da kommt Synthetik rein. Hier. Machen wir das erstmal so. Ja. Der muss auch wieder an die Wand. Die können wir ja hier hin machen. Ja. Das ist schon echt verrückt, oder? Was das an Ressourcen verbraucht und verschlingt. Aber jetzt bin ich erstmal happy. Ähm. Ach ja, genau. Wir wollten schlafen. Und das Coole ist, jetzt ist das Schiff komplett zu und wenn ich jetzt, wenn jetzt, ne, jetzt hört man auch keine Außengeräusche mehr. Also das haben sie schon echt cool gemacht. Es ist auch bei Sturm jetzt viel, viel stiller hier drin. Gute Nacht, Welt. Ich hoffe, so ein Kürbis hält jetzt noch so lange, bis wir ausgeschlafen haben. Dann haben wir gleich was zum Frühstück. Jam, 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 jam. So, noch ein bisschen was hier drungen. Guten Morgen. Ja, muss man halt so ein bisschen balancieren hier mit diesen 20er Flaschen, weil da immer nur fünf Einheiten reinigen kann. Reinigen kann. So, dann lasst uns das mal. Für den müsste es reichen. Dann lass uns so einfach mal hier kurz parken. Ist da jetzt noch ein Köder drin? Nee. So, dann nehmen wir den einfachen. So. Das ist echt verrückt. Ich hatte zwei Kisten mit den Dingern, ey. diesen Tötig-Zeugs. Die Armbrust wollten wir noch bauen, siehst du? Bevor wir uns da zu dem nächsten Ausflugzeichen aufmachen. dieser blöde Salat. Der schmeckt nicht. Ich will, dass du tätig. Metall habe ich ja immer noch genug. Okay. 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 Ähm. Ja, ähm. Okay. 많이 pack. pixel. Da oben ist noch ein Fragezeichen. Das heißt, da gibt es noch einen Blueprint. Das heißt ja auch, wir müssen hinter diese komischen... ...diese Schnörkelpflanzen da. Ja, die sehen aus, als würden sie pieksen, als hätten sie Dornen dran. So, genau, die Armbrust. Ja, ich muss mich jetzt erst auch kurz dran gewöhnen, dass wir hier umgebaut haben. Polymer und Maschinenteile. Die Maschinenteile. Die waren doch... Was war das noch? Ah, es geht schon. Okay. Printing completed. Fünf Stück. Und schon wieder leer. Okay. So, und das... ...klaß. Ja, dann wäre ich eigentlich ready loszufahren oder loszufliegen, wobei ich eigentlich vorher nochmal das Bedürfnis habe, die Kisten wieder aufzufüllen. Zumindest, was diese Synthetik angeht. Das brauchst du so oft schon an einfühlen Treibstoff. Ich würde sagen, ich würde noch ein bisschen farmen. Und mich schon mal in die Richtung hier aufmachen. Oder wollen wir uns das Fragezeichen noch angucken? Muss man halt dann wieder zurück? Nee, wir machen... Das läuft uns ja nicht weg, das Fragezeichen. Das ist eh scheiß Wetter. Ja, ich lass mal gucken, können wir hier wenden. 2,7 oder 1,8. Nicht zu weit. So, und jetzt in die Richtung. Wir gucken mal, fahren kann ich halt zur Not auch vor Ort. Ich will jetzt wissen, was da ist. Jetzt bin ich neugierig. Aber lass uns mal das Essen noch zu Ende kochen. Was wir haben, haben wir. Genau. Wir sind tendenziell ein bisschen rechts da. Und an diesen zwei roten Türmen orientieren. Ah, ich wollte ja hinten noch... Er hat mal keine Ressourcen mehr, gell? Deswegen hab ich's nicht gemacht. Wir sind echt da rüber. Ui, ui, ui. Das sind viele von diesen roten Türmen. Ach, guck mal, ist es das da mit diesem Kringel? Bestimmt, oder? So, noch ein Stück rüber. Das sah... so aus. Dann... fliegen wir mal im Sause-Schritt. In die Richtung, oder blitzt es auch. Was war das? Das war ein neues Geräusch. Was war das? Okay, und da ist auch noch mal so ein Gewächshaustor. Den sehe ich aber nicht da drüben. Oh wei, oh wei. Vielleicht können wir hier große Synthetik-Boppels abbauen. Wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Ja, es wird das sein. Aber da drüben fliegen gar keine Ressourcen rum. Vielleicht muss ich doch vorher noch fahren. Siehste? Das wäre ich doch. Das hat Dorn. Ui, ui, ui. Was stand in dem Dings? Ein Aufzug, oder? Irgendein... Der Kraftstoff in einem der Motoren ist aufgebraucht. So gänzlich? Gertsache. Haben wir noch Biomasse? So, ich muss mich erst dran gewöhnen, was hier wo ist. Hier ist noch Biomasse. Gib mir mal Biomasse. Mach das mal voll. Äh, hier hin. Mach mal Kraftstoff. Ich glaube, der hält ein bisschen länger als der... Der braucht aber auch Wasser. Das ist so ein bisschen die Krux. Aber jetzt mit den 20er-Flaschen geht das eigentlich auch ganz gut. Printing completed. Achso, jetzt hatten wir noch fünf. Na gut. Dann lassen wir das... Ach, hier ist noch. Dann lassen wir das noch durchlaufen. So, wir machen ja trotzdem mal zu. Und weiter geht die wilde Part. Das ist ein lila Licht. Hm. Und wir müssen wieder noch ein Stück höher, wenn ich das richtig sehe, oder? Ich habe keinen Stuff, um eine Turbine zu bauen. Ui, ui, ui. Das sieht ja mal abgefahren aus. Sind wir richtig? Ja, ja, das ist das. Und da vorne links ist das Fragezeichen. Okay, also geht es hier noch weiter. Wow. So, mal am Bildschirm machen. Wie hoch sind wir? 62. Ich kann doch da nicht landen. Und ich will auch hier nicht meinen Ballon aufreißen an diesen Spitzen, 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 Spitzen. Der geht ein... Ach, das ist ein Aufzug. Genau, da geht ein Kabel. Wir kommen da nicht hoch. Mist. Ich hätte es mir eigentlich denken können, dass wir hier wieder eine Turbine brauchen. Oh, das dürften wir alles haben. Ja, genau. Das ist ein Teilwurter, ne? Ja. Jetzt haben wir wieder eine ungerade Zahl beziehungsweise müssen wir es wieder hässlich anpflöpsen. Eigentlich müsste man direkt zwei bauen. Damit es wieder gut aussieht. Warum ist das alles kaputt? Was ist denn hier kaputt? Die Wand? Wie kann das denn sein? Ich kann die halt nur wieder da anbauen, wo Platz ist. Und das wäre wieder hier vorne irgendwo. Ach du je, jetzt kriege ich die hier nicht dran? Shit, Frosch mit... Die waren doch aber hier dran. Warte, hier war sie gerade blau. Eieieieiei, so. Wohne könnte Ort erreicht. Ja. Sieht aus wie ein Container. Oje, will ich hier landen? Ich weiß es nicht. Jetzt wird es duschter. Warum wird es duschter? Ich steige in den Unterdust hinab. Ein Aufzug, der unter die Staubschicht fahren kann. Wir vermuten, dass unter dem Staub die seltensten Ressourcen und Archive mit vergangener Forschung liegen. Auch wenn viele Technologien mit der Zeit verloren gegangen sein mögen. Und es möglich ist, dass sie nicht wieder geborgen werden könnten, haben wir doch immer noch Hoffnung. Im Staub wirst du nur schwer atmen können. Je tiefer du gehst, desto dichter und giftiger wird er. Du wirst fortgeschrittene Anzugfilter benötigen, um die Welt unter dem Staub erkunden zu können. Du könntest diese Art von Filtern in Ruinen alter Labors finden. Es besteht ein hohes Risiko, dass du bei der Erkundung sterben wirst. Sei bitte vorsichtig. Ach ne, das klingt ja wunderbar einladend. Großartig. I'm impressed. So, gekochte fette Motte ist erstmal die Kleene. Genau, dann trinkst du was. Noch was. So. Ist immer noch ein bisschen was drin. Dann machst du auch hier. So, dann gehen wir nochmal eine Runde schlafen. Vielleicht tut es dann auch heller. Ja, es wird gerade Nacht. Okay. Und während wir schlafen, gucke ich mal, wie lange die Aufnahme schon läuft. 51 Minuten. Wir machen da eine neue Aufnahme. Ich mache da eine neue Aufnahme draus. Nicht wahr? Insofern sage ich hiermit, ich danke euch herzlichst für's Zuschauen. Und das steht uns bevor. Okay. Was haben wir hier? Also ich habe schon eine ganze Zeit lang ein Rezept für so ein Hand-Dings, dass ich Sachen abbauen kann. Aber mir fehlt dazu ein Kristall. Das habe ich noch nirgends gesehen. Hier können wir leider auch nur gucken. Okay. Brauchen wir bestimmt eine Popperie. Wie geht denn das hin? Hä? Ist es hier einfach nur so drum gewickelt? Ist ja lustig. Okay, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir haben unser Schiff ausgebaut. Vielleicht kann man das auch noch anmalen. Sollen wir mal gucken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann schauen wir uns mal an, was es hier gibt. In Labors. Na, ich hoffe, das ist so ein Labor, wo wir Filter finden können. Weil ich... Gut, wir müssen halt hier noch ein bisschen drin rumfliegen und gucken. Ich bin gespannt. Dann soll ich nochmal ein Foto machen hier. Ihr Lieben. Lasst euch gut gehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.